Ranking Faktoren 2013 Teil 3, die Technik. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen Webseitemarketing.ch. SageMetrics hat eine Studie herausgegeben zur Korrelation zwischen einer Massnahme im Suchmaschinenoptimierungsbereich und dem Ranking. Ich habe die letzten beiden Male über den Impact von sozialen Netzwerken und von Backlinks berichtet. Heute geht es um das Thema Technik. Schauen wir uns das gleich an. Das ist hier die Seite von SageMetrics. Hier kann man sich die detaillierte Studie auch runterladen. Dann haben wir hier dieses Korrelationsdiagramm. Hier sehe ich die Massnahme in Korrelation zum Ranking. Je weiter dieser Balken ausschlägt, umso höher ist die Korrelation mit dem Ranking. Das heisst, umso besser ist der Einfluss auf das Ranking. Wir schauen uns heute den grünen Bereich an, die Technik. Und da haben wir hier verschiedene Punkte. Ganz oben die Länge der URL. Hat einen grossen Einfluss, allerdings nur halb so gross wie beispielsweise ein guter Backlink oder Massnahmen im sozialen Bereich. Aber trotzdem ist es wichtig, dass also die Länge der URL nicht zu lang ist. Dann haben wir Position Keywords im Title. Der Title ist oben im Browser angezeigt und wird bei Google beim Suchresultat angezeigt. Da geht es um den Buchstaben. Also wo steht der Buchstaben mäßig? Ist sehr wichtig. Also schauen Sie, dass das Keyword möglichst weit vorne steht. Dann URL ist keine Subdomain. Es gibt immer noch sehr viele Firmen, die mit Subdomains arbeiten. Das hat keinen positiven Einfluss. Im Gegenteil, auf das Ranking. Position Keyword im Title drin. Also da geht es darum, dass ich nicht zuerst einen Haufen Wörter schreibe vorneweg, sondern eben möglichst schnell mit dem Keyword da reinkomme. Hat direkt einen Zusammenhang mit dem hier oben. Also meistens nicht unbedingt, wenn Sie einen langen Firmennamen haben, den vorher bringen, sondern eben vorher das Keyword. Dann die Description hat auch zugenommen, Keywords in der Description drin. Auch ein wichtiger Faktor, was abgenommen hat. Das ist interessant, das Keyword in der Domain. Das wurde schon vor einem Jahr angekündigt. Nun ist es also soweit. Keyword in der Domain drin bringt nicht mehr sehr viel oder vor allem viel weniger, als es eben mal gebracht hat. H2, das sind die Überschriften, die Existenz von H2. Ist immer noch ein positiver Faktor. Auch die Existenz einer Description überhaupt. Ist immer noch etwas, das man machen sollte. Was hier zugenommen hat. Keyword im Title drin. Das ist nun ein positiver Ausschlag. Ganz entscheidend. Video-Integration freut mich besonders. Wirkt sich positiv aus. Vor allem aber auch Bilder. Das sehen wir dann beim Content. Sidespeed. Naja. Ist ein wichtiger Faktor aus meiner Worte. Hier offenbar gerade so Plus, Minus und Null rum. Auch die Existenz von H1 würde ich noch unterschreiben, dass das so etwas bringt. Aber auch hier sehen wir, dass es eigentlich keinen grossen Einfluss hat. Und dann hier, was massiv abgenommen hat, ist wieder das Keyword in der URL drin. Vorher hatten wir die Domain hier oben. Keyword, URL. Das sind also die zwei Sachen, die am stärksten abgenommen haben. Nützt also nichts mehr, wenn Sie sich jetzt einen Haufen URLs oder beziehungsweise Domains kaufen und die nachher auf Ihre Seite weiterleiten. Das bringt nichts mehr. Dieser Faktor hat stark an Wert verloren. Das also zum Thema Technik würde ich mich interessieren, ob Sie sich da etwas rausnehmen können. Kommentare, wie immer, hier gerne. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Dann geht es nochmals um das Thema Content und dem Ranking bei Google. Mein Name, Philipp Saub. Ich bin von der IENEM AG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.